Martina und Peter kommen aus New York. In Wien lernen sie Deutsch. Harald fragt Martina, kommst du aus England? Sie antwortet, nein, ich komme nicht aus England. Ich komme aus New York. Herr Berger fragt Frau Müller, gehen Sie hier in die Sprachschule? Sie antwortet, ja, da lerne ich Deutsch. Ihre Freundin lernt hier auch Deutsch. Sie kommt aus Frankreich. Frau Müller telefoniert oft mit Herrn Berger. Er besucht Frau Müller manchmal auch zu Hause.